Hallo und Willkommen zur Kalligrafie-Tutorial-Reihe über die Capitalis Rustica, geschrieben mit einem Flachpinsel. Dabei zeige ich die Buchstaben der Capitalis Rustica in kleinen, überschaubaren Gruppen. Außerdem zeige ich, wie das Üben abwechslungsreich und interessant gestaltet werden kann. Gestaltungsbeispiele mit der Capitalis Rustica runden die Tutorial-Reihe ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017